In diesem Video habe ich fünf Tipps für dich als OMI-Einsteiger, wenn du den OMI-Token gerade erst kurz hältst oder auch tatsächlich noch gar nicht hast, dich aber dafür interessierst. Das heißt, wenn du auf jeden Fall diese Tipps mitnehmen möchtest, schau auf jeden Fall das ganze Video bis zum Ende mit an. Bevor das ganze Video beginnt, muss ich natürlich sagen, das Ganze sind meine persönlichen Tipps, die ich mir selber geben würde, würde ich noch einmal hier ganz neu anfangen bei OMI. Das ist keine Finanzberatung oder in irgendeiner Weise eine Beratung für dich da draußen, das sind meine Erfahrungen, die ich einfach mit euch teile, die ich für mich festgestellt habe, die einfach sehr, sehr wichtig sind, mit denen ich mich persönlich hätte früher auseinandersetzen sollen. Willst du außerdem immer auf dem Laufenden bleiben, was mit dem OMI-Token passiert, dann drück auf jeden Fall den Abo-Button und aktiviere die Glocke, dann bleibst du auf jeden Fall immer auf dem Laufenden hier auf meinem Kanal. Jetzt würde ich auf jeden Fall sagen, let's go ins Video. Ja und starten wir natürlich erstmal mit dem ersten Punkt und zwar informiere dich und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe hier tatsächlich auf meinem Kanal auch schon ziemlich viele Videos, wie zum Beispiel die steuerliche Thematik. Wie ist der OMI-Token zu behandeln auf steuerlicher Basis hier in Deutschland? Außerdem dann zum Beispiel auch noch die OMI-Tokenomics. Wie ist der OMI aufgebaut? Es gibt außerdem mittlerweile auch eine Webseite, wo ihr euch ausgiebig über den OMI-Token informieren könnt. Da werde ich euch alles unten verlinken und dann haben wir natürlich auch noch, wie ihr den OMI auf den Ledger schieben könnt. Das ist auch noch mal ein Part hier in dem Video. Das heißt, wie ihr euren OMI einfach sichern könnt und dann zum Beispiel, warum der ECOMI-Token mit einer der besten Altcoin-Projekte da draußen ist. Aber ansonsten gilt es natürlich wie immer, informiert euch da draußen eigenständig mindestens sechs Stunden, bevor ihr in etwas investiert. Ein weiterer wichtiger Punkt, wie natürlich bei jedem Investment ist, eine Strategie zu haben. Das heißt, wie oft investierst du? Zum Beispiel investierst du einfach mal 20 Euro pro Tag oder pro Woche oder investierst du einfach nach Lust und Laune? Da solltest du definitiv eine Strategie finden. Meiner Meinung nach ist jedenfalls teilweise beste Strategie DCA. Das heißt Dollar Cost Average. Das heißt so viel wie, dass man über eine gewisse Zeit immer wieder kauft und das jetzt nicht abhängig davon macht, wie hoch der Preis ist und wie man zum Beispiel momentan emotional an diesen Preis gebunden ist. Das heißt, findet man gerade, dass der Preis tief ist oder findet man, dass gerade der Preis hoch ist. Einfach, dass man kontinuierlich nachkauft. Da sollte man auf jeden Fall eine Strategie haben. Sei es jetzt diese DCA-Strategie oder auch eine ganz andere. Aber dass man auf jeden Fall eine straighte Strategie hat, von der man dann auch nicht abweicht. Ja und ein weiterer Punkt, auf den wir auch jetzt hier zu sprechen kommen, ist nämlich sicher deine Tokens. Denn not your keys, not your coins. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch in letzter Zeit zum Beispiel mit der FTX-Krise in Verbindung steht. Sicher deine Coins auf einem Ledger. Ich persönlich habe auch einen. Das hier ist meiner. Das ist im Prinzip so ein Stick. Stick und den könnt ihr im Prinzip verwenden, um dort eure Omi-Token draufzuladen. Und dann sind diese Omi-Token sozusagen hier auf diesem Stick und auf keiner Exchange. Und die gehören dann wirklich euch und keiner Exchange, weil eine Exchange kann einfach sagen, hey, wir sind irgendwie insolvent, wir haben deine Gelder verspielt, wir können sie nicht auszahlen. Sorry. Und dann sind deine Gelder im Prinzip weg. Das heißt, da liegt die Verantwortung dann bei der Exchange und nicht mehr bei dir. Beziehungsweise die Macht liegt nicht mehr bei dir. Dementsprechend hol dir auf jeden Fall so ein Ledger. Das sind zwar einfach mal 120 bis 150 Euro vielleicht, aber das lohnt sich. Und es ist auch wirklich, wirklich wichtig, weil man dann wirklich dort auch zu 100% sein Geld kontrollieren kann und seine Drogens in seiner eigenen Macht hat. Natürlich ist das eine Menge Verantwortung, aber es ist deutlich besser, als wenn man die Verantwortung anderen Leuten überlässt, die damit eventuell dann spekulieren und dein Geld im Endeffekt verzocken könnten. Was so einfach klingt, aber tatsächlich wahr ist und man definitiv machen sollte, ist Sell High, Buy Low. Und das ist ein Sprichwort, was man eigentlich so kennt, aber es ist wirklich so. Und man sollte an einem gewissen Zeitpunkt irgendwann, wenn der Markt schon einen guten Bereich erreicht hat, definitiv auch mal Gewinne realisieren. Sei es einfach nur, um das Investment, was man getätigt hat, auszugleichen und im Prinzip Plus, Minus, Null rauszugehen und dann eine gewisse Anzahl von Token zum Beispiel noch zu halten, die man dann einfach länger hält, wo man dann im Prinzip ja kein Plus oder kein Minus macht, wenn man jetzt das verliert. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber natürlich auch in niedrigen Ständen bzw. in niedrigen Marktphasen, wie zum Beispiel in der momentanen Phase, wo wir in einem Bear Market sind, wirklich immer kontinuierlich nachzukaufen. Ich persönlich mache das jedenfalls. Ob du das natürlich machst, ist deine Entscheidung. Es kann alles immer auf Null gehen. Das ist ein ganz wichtiges Risiko, was dir auch bewusst sein muss. Aber nichtsdestotrotz ist das auf jeden Fall hier eine Strategie, die du definitiv unter anderem in Betracht ziehen solltest und auch dir Ziele setzen solltest. Zum Beispiel ab dem Preis würdest du dann eine gewisse Menge an OMI zum Beispiel verkaufen oder eine gewisse Anzahl von Token, Aktien, whatever. Das gilt im Prinzip für jede Sache, nicht nur spezifisch für den OMI-Token. Gehört natürlich hier aber auch als Tipp für den OMI-Token mit dazu. Ja und dann kommen wir zu dem letzten Punkt und zwar setz dich nämlich mit der Vivi-App auseinander. Wer nicht weiß, was die Vivi-App jetzt ist, da verlinke ich dir hier einmal unter dem i ein Video. Das ist sehr, sehr essentiell. Setz dich nicht nur mit dem Token, sondern setz dich auch mit Vivi auseinander, denn diese beiden Projekte sind schon in einer gewissen Weise sehr verknüpft und dementsprechend hat das Ganze hier eine hohe Relevanz. Außerdem ist die Vivi-App unter anderem mit einer der größten Burn-Faktoren für den OMI-Token, weil sie einfach hier die Token aus dem Reserve Wallet burnen, die im Prinzip dann nie wiederkommen. Natürlich gehört das nicht zum Circulation Supply, also dem Supply, der verfügbar ist für alle, zum Kaufen. Aber nichtsdestotrotz ist es hier trotzdem essentiell, dass diese Token irgendwann überhaupt nicht mehr existieren. Beziehungsweise hier auch in Zukunft vielleicht über Wege und Mittel dann Tokens in die Reserve Wallet kommen und damit dann halt auch geburned werden. Und das war es im Prinzip mit meinen 5 Tipps. Wenn du auf jeden Fall noch mehr Tipps haben möchtest, dann schreib mir das auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Und wenn dir das ganze Video geholfen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen guten Mittag oder Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.